Im Hinspiel des absoluten Top-Spiels im Champions-League-Viertelfinale musste der FC Bayern München eine 3-0-Niederlage bei Manchester City einstecken und in diesem Video schaue ich einfach mal so ein bisschen taktisch drauf, wie das Duell Tuchel gegen Guardiola ablief. Wir schauen zunächst einmal den Matchplan von Bayern an und gehen dann so ein bisschen über den von City, weil der von City halt eben auch oft das Ganze von Bayern aufgebaut hat. Wie die Bayern aufgebaut haben, war eben, wie ihr hier sehen könnt, in einem 4-2, wobei halt einer der Sechser auch je nachdem mal zwischen die beiden Innenverteidiger reinfallen konnte, weil halt eben, wie ihr sehen könnt, City hat es in einem 4-4-2 zugestellt, haben nicht sonderlich hochgepresst, aber halt eben die Sechser rausgenommen, dementsprechend lässt sich hier Kimmich fallen, hat aber auch Goretzka mal gemacht. Aber interessanterweise können wir vorne sehen, Musiala links, Gnabry rechts, die haben sich immer so in den Halbräumen zwischen der Abwehr und der Mittelfeldkette von Manchester City bewegt, um da halt eben linienbrechende Pässe zu empfangen und dann halt eben schnell nach vorne zu spielen. Die Flügel andererseits waren sogar noch höher positioniert, um halt eben die Breite zu besetzen und somit hatte man dann im Aufbau, wenn sich keiner fallen lassen hat, einen 4-2-2-2, wobei halt die zentralen Stürmer tiefer waren wie die Flügel und das ist eigentlich das System von De Serbi, dem Trainer von Brighton und das habe ich so auch noch nie bei jemand anderem gesehen. Also interessant, dass sich da Tuchel inspirieren lassen hat. Offensiv wird es dann 1-2-4-4, also hinten die zwei Innenverteidiger, können wir hier nicht sehen, dann eben eine Viererreihe mit den Sechsern und den Außenverteidigern und vorne die Viererreihe eben mit den vier Offensiven, die dann eben an der letzten Linie geklebt haben, während City das im 4-4-2 quasi Mann gegen Mann verteidigt hat. Also was den Matchplan betrifft, hat Tuchel auch nach dem Spiel gemeint, dass er nicht so viel hohen Ballbesitz erwartet hat und deshalb Müller draußen gelassen hat und statt ihm eben diese trippelsteigenden Spieler gespielt hat mit Musialak, Napri, Sané oder auch Coman. Aber wenn wir jetzt mal auf City schauen, die haben eben perfekt darauf reagiert, haben mit vier gelernten Innenverteidiger in der Viererkette gespielt. Dementsprechend waren sie vor allem im 1-gegen-1-Extremsteig, da haben die Flügel von Bayern eigentlich keinen Stich gesehen. Ake auf der linken, aber auch Akanji auf der rechten Seite haben das extrem gut wegverteidigt. Und auch hier sehen wir es nochmal gut, zwei Innenverteidiger hinten und dann zwei Viererreihen davor, auch wenn die Vorderrät hier nicht ganz drauf ist. Gehen wir dann über zu Manchester City, die haben aufgebaut in einem 3-2 und zwar hatten sie ja gerade eben noch eine Viererkette, aber John Stones, der rechte Innenverteidiger, ist dann im Ballbesitz halt eben meist 1 vorgerückt. Wenn wir auf Bayern schauen, die haben das zugestellt in ihrem 4-2-3-1, das vor allem ballorientiert war und haben das dann eben immer in die Richtung des Balles verschoben, haben aber ihre Struktur beibehalten, ebenso wie wir es hier sehen. Und somit hat man dann halt vor allem die inneren Kanäle für Manchester City geschlossen, dass sie nicht durch das Zentrum spielen konnten. Und man hat sie somit eben gut auf die Flügel gelenkt, wo Bayern dann halt eben sogenannte Pressingfallen stellen wollte und eben mit der Seitenlinie den Ball erobern wollte, was auch mehr oder weniger gut funktioniert hat zu Beginn. Wir sehen es auch hier nochmal, in dem Fall lässt sich einer aus dem Zweiermittelfeld fallen, was je nachdem wie brenzlig es wurde, auch mal geschehen ist. In dem Fall Rotri, aber Stones hat es natürlich auch öfters gemacht, weil er natürlicherweise auch in der Innenverteidigung startet. Wir sehen wieder das 3-1-Pressing von Bayern vorne und Erling Haaland, der ja normal vorne klebt und die Verteidigung eher nach hinten strecken soll, lässt sich fallen in dem Fall, sehr unnatürlich für ihn und zieht somit eben zum einen Goretzka mit sich, aber auch Upamecano, die sich halt beide für ihn verantwortlich fühlen. Andererseits ermöglicht es aber auch, wenn er in den Raum startet, dass sich zum einen Gündogan links weiter rausfällen lässt auf den Flügel, zieht eben Kimmich mit sich, kreiert somit auch wieder Raum und De Bruyne lässt sich rechts rausfallen und da war es dann wirklich extrem gefährlich für Bayern. De Bruyne hat dann oft quasi zu zweit mit Bernardo Silva gegen Davies gespielt und das war halt eben auch ein Grund, warum es für Davies so schlecht lief in dem Spiel, weil wenn man gegen zwei so Weltklassespieler spielen muss im direkten Duell, hat man es natürlich auch schwer. Andererseits ist halt eben auch die Restverteidigung mit diesem 3-2-Aufbau extrem gut. Wir können es hier sehen, Bayern hat den Ball gewonnen, spielt schnell nach vorne, aber das Zentrum ist halt komplett zu. Stones ist schon dabei in die Innenverteidigung zu rücken und dadurch, dass das Zentrum zu ist, muss Bayern halt über die Flügel spielen. City verschafft sich somit Zeit und kann dann halt eben wieder in ihre Defensivstruktur übergehen, nämlich das 4-4-2, das wir ja vorhin schon hatten. Offensiv war es dann halt eben ein 3-2-5 von Manchester City, kennt man so eigentlich vom Pep aus dieser Saison. Die offensiven Mittelfeldspieler gehen halt in den Halbraum offensiv in die letzte Kette, während Haaland zentral ist und die Flügel halt eben die Breite halten. Somit hat man dann halt eben gegen das 4-4-1-1 von den Bayern-Defensiv halt eben auch eine Überzahl in der letzten Kette und je nachdem, wie man das Spiel verlagert, kann man dann halt eben einen Flügel von der anderen Seite isolieren, dann halt eben einen Seitenwechsel spielen und hat dann halt eben dann 1-1 gegen den Außenverteidiger und das hat vor allem Bernardo Silva extrem stark gemacht gegen Alphonso Davies, der halt eben kein gelernter Verteidiger ist. Auch die äußeren Innenverteidiger stehen hier extrem hoch, wie wir sehen können, werden somit halt eben auch für das Offensivspiel genutzt, aber haben eben halt auch eine gute Positionierung für zweite Bälle beziehungsweise für das Gegenpressing, wenn City mal den Ball verlieren sollte. Mit diesen Herangehensweisen war es dann halt eben ein extrem knappes Spiel, das mit 1-0 für City in die Pause ging, weil ich fand schon, dass sie die besseren Ansätze hatten. Führung war mehr oder weniger verdient, hätte auch unentschieden stehen können 0-0, aber im Endeffekt war es dann halt die Führung. Was passiert nach der Pause? Bayern startet extrem gut, hat wirklich eine gute Drangphase mit einigen Chancen. Das Ganze dauert aber halt eben auch nur 15 Minuten so um den Dreh, weil Pep dann halt eben reagiert hat und zwar hat er in der 60. Minute eben das Pressing-Schema von City verändert und zwar hat er es noch offensiver gestaltet beziehungsweise davor war es eher ein Midblock und kein krass hohes Pressing von City. Das Ganze ist zwar sehr mutig bei einer 1-0-Führung, aber war halt eben notwendig aufgrund der Drangphase der Bayern, weil wenn das länger so weitergegangen wäre, hätte Bayern halt irgendwann den Ausgleich gemacht. Somit hat Pep erfolgreich umgestellt, denn direkt nach der Umstellung hat Bayern komplett die Kontrolle verloren und hat sich quasi keine Chancen mehr herausgespielt. Also das Pressing war auf jeden Fall erfolgreich und wir können es hier sehen, dass es quasi Mann gegen Mann verteidigt über das komplette Feld, je nachdem wie man es interpretiert, sogar noch offensiver. Ich habe es euch aber hier auch nochmal gezeigt, nämlich wie es in-game aussah. Und zwar haben wir dann in dem Fall die Flügel, die höher sind wie die zentralen Pressing-Spieler aus der ersten Halbzeit mit Haaland und De Bruyne. Und zwar ist es so, dass Krielisch jetzt zum Beispiel links soll zum einen mit seinem Deckschatten den Rechtsverteidiger Pavard abdecken, dass der keinen Pass erhält, aber eben gleichzeitig auch Druck auf den Innenverteidiger machen. Auf der anderen Seite Bernardo Silva genauso, während eben die zentralen Spieler mit Haaland und De Bruyne die zentralen Mittelfeldspieler von Bayern komplett rausnehmen sollen und das hat Bayern das Leben extrem erschwert. Zudem auch hier nochmal ein Tweet, den ich gesehen habe. Also ich will das jetzt hier nicht als meine eigene Erkenntnis ausgeben, wenn es nicht so ist. Dementsprechend seht ihr hier Props an den User, der das getweetet hat. Und zwar hat dann City in einem schiefen 4-2-4 gepresst und das Ganze war halt eben extrem effektiv. Also die offensive Viererei stand dann halt eben schief und zwar links höher wie rechts und somit wurde dann halt eben Upamecano nach innen geleitet, also auf seinen schwächeren linken Fuß, während auf der anderen Seite der Licht halt eben auch auf seinen schwächeren linken Fuß nach außen geleitet wurde. Und dementsprechend waren Verlagerungen quasi auch unmöglich. Hat zudem auch gut zu dem System der Bayern gepasst, weil halt Pavard eben natürlicherweise auch ein bisschen tiefer steht wie Davies auf der anderen Seite. Und somit war das Pressing dann halt eben mehrfach erfolgreich. Aber bevor wir jetzt da noch weiter drauf eingehen, erstmal noch zur ersten Halbzeit, wie es da aussah, nämlich in Person von Upamecano. Wir haben hier das 4-4-2-Pressing von City in der ersten Halbzeit. Haaland geht auf Upamecano. Der hat den Ball aber auf seinem starken rechten Fuß, geht in dem Fall an Haaland einfach vorbei, weil der Rest des Feldes zugestellt ist und er keine Passoptionen hatte in dem Moment. Und somit öffnet sich halt das Feld vor ihm und er hat dadurch eben wieder Passoptionen kreiert. Aber wenn wir dann halt eben eins weitergehen, dann haben wir den Fehler von Upamecano, der dann eben zum 2-0 führt. Wir sehen hier Grealish extrem hoch auf Upamecano dran, leitet ihn nach innen. Also der hatte erst den Ball auf dem rechten Fuß, zieht jetzt nach innen auf seinen linken. Und klar ist es dann individuell schwach gemacht von ihm, dass er da den Ball verliert, aber eben halt auch richtig gut gepresst von City. Und das war halt eben nicht sein erster Fehler. Das Pressing war zuvor schon mehrfach erfolgreich, wo dann Upamecano auch schon den ein oder anderen Fehlpass hatte. Somit hat man eben Fehler erzwungen, hat die Spieler verunsichert, was eben zu mehr Fehlern geführt hat. Und dann letztendlich auch zu dem Gegentor. Und damit hat Bayern halt eben auch die Konzentration und die Kontrolle komplett verloren. Es fällt es 3-0. Und City hat dann halt eben auch noch mehr Chancen, das Ganze noch höher zu gestalten. Und Upamecano hatte halt einen extrem schwachen Tag erwischt. Generell ist ja das Passspiel eher seine große Stärke. Und da hatte er an sich schon seine Probleme in dem Spiel, schon in der ersten Halbzeit, als das Pressing noch nicht so krass war. Und Pep hat dann halt eben das Pressing bewusst auf Upamecano gelenkt. Und das ist halt auch einfach starkes Coaching, denn im Endeffekt fällt daraus eben das Tor. Und auf solche Kleinigkeiten kommt es halt in solchen hochklassigen Spielen dann eben an letztendlich. Ansonsten möchte ich mal noch Julian Alvarez loben. Der kam in der 68. Minute als einziger Einwechselspieler von City rein für De Bruyne, hat dann die zweite Spitze neben bzw. leicht versetzt hinter Haaland gespielt und war dann eben auch direkt an den beiden Toren entscheidend beteiligt, die ja ziemlich zeitnah nach seiner Einwechslung gefallen sind. Anderweitig muss man natürlich auch wieder mal Haaland loben. Vor allem seine Vorlage zum 2 zu 0 extrem stark. Nimmt er den Kopf hoch, scannt die Umgebung mitten in der Aktion und zieht halt eben den frei postierten Mitspieler mit Bernardo Silva, der dann eben das 2 zu 0 macht. Aber auch ansonsten war von Haaland vor allem seine Präsenz extrem wichtig. Er hat oft die beiden Innenverteidiger von Bayern gebunden und das ist halt auch extrem wichtig. So kreiert er Raum für seine Mitspieler, in die die halt dann eben reinstoßen können. Und genau sowas ist, finde ich, meiner Meinung nach auch den Bayern abgegangen in dem Spiel. Da hat natürlich die Verletzung von Chubo Moteng reingespielt, aber halt eben auch, dass sie keinen anderen Top-9er im Kader haben, der halt eben genau diese Qualitäten hat. Und somit war es halt eben so eine umgekehrte Welt. Normalerweise ja immer City mit einer falschen 9, beziehungsweise ohne echten Stürmer. Und diesmal war es halt eben Bayern. Und es hat sich im Ergebnis auch bemerkbar gemacht, wenn man es jetzt daran festmachen möchte. Und dementsprechend hat City dann halt eben 3 zu 0 gewonnen. Kommen wir nun aber zu meinem Fazit zum Spiel. Und da muss ich sagen, das Ganze hätte sich natürlich auch in eine andere Richtung entwickeln können. Aber die Überlegenheit von City hat sich letztendlich in der individuellen Qualität, der taktischen Einstellung und der gnadenlosen Ausnutzung von Fehlern der Bayern ausgedrückt, die man ja aber auch gewissermaßen selbst erzwungen hat. Und dementsprechend ist der 3-Tore-Abstand auch gewissermaßen durch eben jene Punkte gerechtfertigt. Vielleicht auch ein bisschen zu hoch, aber ich denke, ein 2-0 oder so hätte es auf jeden Fall getan und wäre nach dem Spielverlauf auch definitiv gerechtfertigt gewesen. Nichtsdestotrotz muss man Pep loben. Zum einen, wie er das Spiel angegangen ist mit den 4 gelernten Innenverteidigern gegen die trippelsteigenden Bayern-Spieler. Und dementsprechend auch für seinen eher defensiven Ansatz, wofür er ja eigentlich nicht bekannt ist, ist ja eher für Ballbesitz viel Offensivfußball bekannt. Somit hat er sich schon gewissermaßen auf die Defensive besinnt und hat auch mal bewusst Phasen eingebaut, wo sie mal tiefer verteidigt haben im 4-4-2 eben. Aber halt eben auch für die Umstellung im Pressing, als Bayern dann halt eben die Drangphase hatte und somit hat man dann halt wieder selbst an Kontrolle gewonnen und das Spiel letztendlich dominiert. Während Tuchel auch keinen schlechten Ansatz hatte, geht dann halt eben unglücklich durch einen Distanzschuss in Rückstand, hat dann halt eben dennoch die gute Drangphase, aber letztendlich kann er jetzt auch nicht unbedingt viel für die individuellen Fehler, hätte da vielleicht ein bisschen in der Spielweise umstellen müssen, aber letztendlich kein großer Vorwurf an ihn, vor allem wenn man die kurze Amtszeit von ihm bedenkt. Das also soweit meine Analyse zu dem Spiel. Was sagt ihr zu dem Ganzen? Ist euch sonst noch etwas aufgefallen? Lasst es mich sehr gerne in den Kommentaren wissen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!